So, da sind wir wieder, haha. Folge 16, glaube ich, ist der letzte Mitarbeiter von Assassin's Street. Wir sind absolut krass gefailed, bei allem, was zu anschleichen bedeutet. Und ja, wir müssen jetzt versuchen, mal den blöden Quartiermeister hier, den Typen zu killen, weil irgendwie einen Hauptmann haben wir aus Versehen schon getötet. Und jetzt werden wir uns mal den hier vorknöpfen. Mal gucken, wo der Land läuft hier am besten. Da unten läuft er lang. Der ist ja aber schon weit weg, oder was? Okay, geil. So nicht, so nicht, so nicht. Die haben wir jetzt heimlich gekillt. Ich hab das nicht in den Fühl. Oh shit, warte, warte, warte. Rainer! Wir sind ja jetzt so übelst schlecht drauf. Hey, was bist du denn für einer? Von wem redest du eigentlich? Gib den Weg frei! Hä? So, was auf! Zack! Ist das gut, oder? Ich sammle die Truppen! Warum schickst du mich in die Gefilde der Toten? Du wolltest meine Frau töten! Deine Hure von Weib ist eine Mörderin! Vorsätzlich und unverhohlen! Ich tat nur meine Pflicht als Philakitai! Und dafür nimmst du mir jetzt mein Leben? Steht deine Rachsucht über dem Gesetz, Medjay? Sei gewarnt! Die Philakes werden dich aufspüren und dann nehmen sie! Blutrache! Möge der Verborgene dich begrüßen! Der Fürst der Duat erwartet dich! Hm! Okay, krass! Das war's! Stirb! Äh, warte, warte, warte! Ich hab meinen Kontrollern noch nicht in die Hand! So, Philakes! Philakes! Okay, mit dem Teufelskopf! Sind hinter dir hier! Das sind mächtige Kopf... Uh, Kopfgeldiger! Die sofort angreifen, wenn sie dich sehen! Das ist natürlich nicht so geil! Da will ich mich mal kurz hier mal ein bisschen verdünnisieren! Was ist mit ihm hier? Okay, er hat mich nicht im Visier! Wir müssen erstmal den Rebellen helfen! Das haben wir ja in der letzten Folge gesagt, dass wir das machen! Okay, den Kommandanten haben wir noch nicht getötet! Gibt es einen Kommandanten und zwei Hauptmänner! Okay, lass uns... Ich muss jetzt mal nach oben! Oh! Leuchtfeuer zündet! Nicht so geil! Shit! Hey! 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 Was ist denn los mit euch? Ehrlich meins. Der ist ja mal... Wow, krass. Ich muss jetzt mal abhauen hier. Heftig. Was ist denn hier passiert in dem Spiel? Hat die Spieligkeit gerade auf extrem schwergestellt oder was? Was ist hier los? Krass, Alter. Was ist denn hier passiert? Ich bin ja völlig parplex, was hier abhielt. Aber mir gefällt es ein bisschen hoch. Das ist halt nicht mehr so easy, so ohne Leingang durchmarschieren, als wäre nix. Hier muss man ja wirklich krasse vorgehen. Aber okay. Das soll uns ja nicht aufhalten. Hier sollte ich unentdeckt bleiben. Ja, das da hast du vollkommen recht. Das sollten wir wirklich bleiben. Das sollten wir wirklich bleiben, ja. Willst du jetzt wirklich hochkommen, oder? Sonst muss ich erst mal gleich mal Sino rausholen. Erst mal gucken, wo... Was? Du hättest nicht herkommen sollen. Sag mal. Okay. Da geht es aber echt schon super los hier. Ich will jetzt erst mal den Typen hier verstecken. So. Ich hoffe, den sieht jetzt keiner. So, den ab nach oben. So. So, Sino. Erzähl mir. Da ist einer. Scheinten Hauptmann. Oder der Kommandant. Man weiß es nicht. Läuft hier sonst noch so rum? Okay. Okay, da sind noch die... Ah, okay. Er ist gefangen, gefangen, gefangen. Die waren ja alle hier. Ja, wir markieren den mal ruhig. Okay, krass. Dann werden wir erst mal versuchen, die ganzen... Typisch hier zu befreien. Sollten wir ja eigentlich hinkriegen. Den mal markieren. Der ist markiert. Der ist auch markiert. Da die vom Rang her alle relativ schwach sind, müsste man die eigentlich so im Attentatsmodus ja direkt hinkriegen. Aber man darf halt sich nicht sehen lassen. Echt nicht so einfach, wie man sieht. Oder ich stelle mich halt extrem bekloppt an. Das kann natürlich auch sein. Aber eigentlich kenne ich mich mit den Spielen eigentlich aus. Mit den Assassin's Creed Spielen. Das ist schön, mein Kleiner. Okay. Turnier lang. Okay. Ist doch ein bisschen schwerer, als ich dachte. Was ist hier so los? Nichts. Okay. Versuche ich mal hinter ihm lang zu latschen. Tja. Wer weiß, ob es hier sicher ist. Den könnte man nicht so töten. Okay. Cool. Natürlich, wenn er den leer auffangen würde. Brauche ich erst die Taste drücken für für aufsammeln. Sollen wir kurz nach oben gehen. hier ist anscheinend gar kein. Das ist schon mal sehr gut. Liegt ihm das hier hin. Zack. Mal plündern hier die ganzen Schrader-Datsch. Gut. Oh. Krass. Was ist hier los? Plünder, 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 plünder. Sehr gut. Auch hier. Was ist los? Hey, das gibt's doch gar nicht. Schaxe. Okay, shit. Alles nicht so. Scheiße. Was ist denn hier so geil? Ich dachte. Mann, Alter. Die kommen auch gleich alle Mann hier an. Hey. Okay. Das ist doch gleich in der Stand wieder, ey. Na gut, egal. Hoch hier. Leuchtfeuer jetzt sind es. Mann. Gibt's doch nicht. Wollt ihr bloß mal nennen. Du, meine Kameraden, liebe Freien. So. Das werden wir jetzt so hoffentlich mal irgendwie schaffen, ey. In den 10 Minuten kribbeln wir hier rum und nichts passiert, oder was? Oh. Okay. Jetzt kommen raus, 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 raus. Tür aufschließen. Sehr gut. Zack. Sehr gerne. Okay. Da sind... Oh, da sind gleich... Können wir da unten bleiben? rüber, 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 rüber. Das stimmt fast nicht. Immer nachsehen. Hier war ich noch. So, zack. Zack. Hey. Was ist das für ein Spiel? Boah, man kann aber... Scheiße. Jetzt einer. Oh, scheiß. Fotomodus wollte ich nicht. Was ist das für dir hier? Hey. Das war's. Das war's. Stirb. Hey. Ausweichen. Hoch hier. Du Schwachkopf. Komm da raus jetzt. Ey. Das ist doch nicht unglaublich, oder? Also, ich find's echt krass. Also, die Kämpfe sind echt übel. Vor allem, wenn's so viele sind, äh, ich hab dir das schon öfters mal in die Berichten gelesen. Komm her. Ja, genau. Das mag bei einem funktionieren, bei einem oder zwei Kämpfern, aber... Oh, der hat grad den Hauptmann, die killt, glaub ich. Weil so mehr, so wirklich viel mehr wird... Boah, kann nicht richtig sprechen. So... Sofern das mehr Gegner werden, wird's echt schwierig. Ey, desynchronisiert mit einem Schlag, oder was? Ist doch nicht normal. Ich ruf mich denn hier an, jetzt, hier. Ganz ehrlich. Kotzt mich denn an. Fick nicht in Ordnung. Ich will jetzt, will das aber schaffen, jetzt. Ich will das schaffen. Ohne Scheiß. Muss ich aber auch hin. Genau. Da muss ich hin. Zwei Hauptmänner, Kommandanten. Scheiße. Zwar nicht schön, aber... Für den Part halten. Komm mit dem Neuen. Denk ich mal, ne? Ansonsten mach ich's einfach offscreen. Das war der Weit. Ey, direkt schon beim Start. Okay. Ich mach's offscreen. Freunde, wir sehen uns im nächsten Mal wieder. Tut mir leid, dass ihr den Plan sehen musstet, aber... Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis neu.